hallo alle haben in den letzten tagen halloween gemacht und dann habe ich mir gedacht das kann ich auch ich bin zum bahnhof gegangen und habe mir eine fahrkarte gekauft dann bin ich in den zu gestiegen und dann sind wir nach hamburg gefahren nach hannover nach köln nach münchen und ganz bis nach wien und als ich dann da auf dem bahnhof stand bin ich ausgestiegen und habe ganz laut gerufen halloween aber es hat gar keiner geantwortet irgendwas habe ich doch wieder falsch gemacht man ich habe da noch ein stück sachertorte gegessen und bin mit dem riesenrad gefahren war auch ganz schön aber irgendwie irgendwie läuft das nicht bei mir was macht ihr denn um halloween zu machen erzählt mir das mal tschüss